Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! So, lassen Sie mich kurz überlegen, bevor wir anfangen. So, wie sieht's aus bei Ihnen? Ich erklär's mal kurz. Also, zwei Sachen, die mir sehr wichtig sind. Erstens, wenn Sie kotzen müssen, ist ja nicht so schlimm. Dann bitte die Lippenfeste zusammenpressen, dann ist der Streuwinkel ein bisschen größer und der Nachbar freut sich. Zweite Sache, auch nicht unerheblich. Aufpassen, Z-Generation, aufpassen! Ganz wichtig, Freunde! Stellt der Moderator eine Frage, bekommt er bitte eine laute Antwort. Mir ist scheißegal, ob ja oder nein. Hauptsache, sie ist laut. Ah, schön! Laut ist das Gegenteil, von leise sollten alle eigentlich hinkriegen. Und das Wichtigste kommt jetzt für Sie, meine Damen und Herren. Sollte aus unerklärlichen Gründen der Bügel aufgehen. Keine Panik bekommen! Der Erste, der weg ist, bin ich. So, da können wir uns eigentlich um das Riesentliche kümmern, oder? Come on, do it now! Ja, machen wir das. Ladies and gentlemen, was, bis jetzt einammeln, wie wir sind jetzt. Ich bin jetzt so ein bisschen und ich bin jetzt so ein bisschen was, was weint. Ja, wer ist es? Ja, wer ist das? Na, wir sind schon so ein bisschen und so, was wir sind? Das war's für heute. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Bis zum nächsten Mal.